. Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich kam 2008 zum FCZ und war immer im Stadion, auch in der Champions League. Das war schon immer mein Traum. Ich freue mich, wieder zu spielen. Ich freue mich auch für das erste Spiel. Ich habe so schwierige Wege gehabt und ich will einfach geniessen und Spass nehmen und gewinnen. Es geht ja um vermeintlich nichts, aber wir wollen schlussendlich für die Fans gewinnen, damit wir nach dem Spiel eine gute Party machen können. Den Rekord von 79 Punkten wollen wir noch brechen. Es ist eine sehr gute Stimmung seit dem ersten Training. Wir haben das direkt im Trainingslager gespürt. Ich will auf die Bank ein bisschen Feuer geben und Spieler pushen. Ich bin ein solcher Typ. Ich will jeden Spieler pushen und diese Mannschaft ein bisschen Feuer bringen. Wir sehen uns in dieser Mannschaft.